Ja, die Welt hat mich gegrüßt und herzlich willkommen zu einer Runde, ja, Zipps, äh, hier, bei der Familie Song und, ja, er ist wieder mit der Ligette unterwegs. Ähm, irgendwie, ich bin gerade durch die Stimmung gerade, ja. Hm, ja, gut, zumindest ist er noch gar nicht. Sie ist traurig, warum? Feuertag-Blob, also, okay, nein, ich weiß nicht, was ich auswählen habe, wo Feuertag verpinnt. Liebestag, also, auch als Liebestag, okay. Ah, das ist schwierig für sie, weil... Ähm, weil sie ja eigentlich eher so ein ist, die eigentlich irgendwie, äh, andere schlecht behandeln möchte. So. Hm. Piep. Bitte schön. Das ist merkwürdig. Nö, das ist komisch. Ähm, die... Die ist ja noch nach Hausaufkommen offen, denke ich mal. Ja, dann muss ich noch nach Hausaufkommen machen. Und... Und... Oh, und heute auch hinterher. Natürlich. Perfekt. Hm-hm. 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 Kann ich helfen, schlicht die Beziehung? Ja, bitte. Jetzt hat sich aber hingelegt. Hm, was haben wir denn noch? Ja. Vielleicht bin ich mit Hausaufkommen, aber ich bin irgendwie nicht dabei. Hm. Ich habe die Fernsehgeräusche wohl mit drin, ne? Na ja. Na gut, ich muss hier mitgeben. Äh, ja. Dracula nebenbei. Dracula läuft in den Hintergrund. Das passt jetzt gerade, ne? Hm-hm. Ja. Ja. Und was nächstes? Ja, was kochen wir denn noch? Was kochen wir denn? Altschönes... Hm-hm. Wie heißt hier, du Bohnen? Das ist glücklich. Puh. Schimmie. Tribal Dorm... Felix! Ressa! Das ist ein bisschen nervzig, ey. Schön, Frau. Hm-hm. So. Hm. Können wir noch Zusatzaufgaben machen? Glaube ich, das können wir noch ein bisschen. Na, dann überbringen wir die Zeit mit. So. Hm. Okay. Läuft. Ganz gut. So. Sieht so. Ah, ich muss noch was essen. Dann wollen wir hier das Helfer als ein Gericht nehmen. Das glaube ich, das läuft. So. Noch was essen. Ähm. Das hier noch nie mehr die Welt platzieren lassen. Oh. Sagen wir mal. Ja, zu schnell. Zu schnell, zu schnell. Hä? Was? Achso. Achso. Die Mal übermessen. Oh. Oh. Da sind wir ziemlich müde. Schlafen. Okay. Ja. Dann. Ja, können wir doch mal machen. Ja, machen wir. Was können wir uns? Das ist wieder mal keine Ruhe am Start. Ja, wir müssen. Okay. Ah, das ist ja. Wie ist das? Wir müssen doch ein Geschenk geben. Okay, wir müssen doch ein Geschenk geben. Wir müssen doch ein Geschenk geben. Ja, oder was? Was ist hier mit mir? Du bist ein Geschenk. Wenn wir essen, komm. Fängt hier. Wir müssen doch stehen, Rigen. Oh Gott, wir haben uns geärgert. Oh, ja. Was ist das denn hier? Den haben wir doch schon mal geärgert, oder? Ja, ja, den habe ich schon geärgert. Nein, oder? Streit streiten. Ja, da war dran. Das ist wirklich. Plplplpl. Ach, schneller. Wir wollen nicht streiten. Was soll das? Bestreit machen? Hm. Konflikt lösen. Ich möchte mutlos nicht machen. Nein, den verspotten wir nicht. Was soll das? iste Kumpel sind wir hier? Ja, cool! Ich habe es einen Kumpel. Wir sind nicht hier. Was soll das noch? Oh, das ist hier. Was soll das noch? und hier haben wir zusammen regeln vielleicht geht das so hier geht es ah, zusammen singen oh, was machen wir das? äh, mit ihm hier hm, haben wir draußen? oh, die muss hier, da muss ich mal auf Toilette also singen wir oh, oh, ich muss noch Toilette also singen wir das noch warte, macht er nicht mit warte, macht er nicht mit warte, macht er nicht mit oh, oh, ich muss noch die kreischen wo ist die Kreischen? warte, ich muss noch auch, ich muss noch was machen, die oh, warte, warte, warte jetzt ist das Toilette ja, nur noch Toilette wo ist eine Toilette? gut so aussen, ne? Lucas auch noch bereich ich möchte nur vor kurzem ein bisschen im weg und der große eigentlich schon mal ein gewartet der schlechter noch nicht die beiden sind im knall ja ja wir machen wir Ich hoffe er noch geht. Wollen wir auch schneller? Wir gehen schon wieder. Nein. Es geht darum. Wir müssen da los. So, noch was er. Okay. Das ist aber Freitag, das heißt, es ist ja zu Wochenende. Und ... Das ist das Schönste. Wenn man die Zeit hat. Ich mache die mal ein bisschen, ne? Oh, jetzt dauert ein bisschen noch. Wieder so ein dufes Echo. Okay, okay. So. Zähneputzen. 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 Hm, jetzt geht sie auf Zähneputzen. Ah, die Abarbeitung, das funktionieren noch nicht, ne? Das sollten sie vielleicht mal fixen. Ich will sie ins Bett bringen, aber sie geht es mal zähneputzen. Nee, und das ist überhaupt nicht. Ich will erst fragen, dann geht sie auf Zähneputzen. Schlaf. Ich schlafe einfach. Hm. So. Ja, und das ist die Folge schon wieder zu Ende. Das gibt es ja gar nicht. Ah, jetzt gehst du wohl. Es geht auch klappt auf. Äh. So. Wir überspringen das. Ich muss gleich direkt ein Trockner. Ja, es tropft. Ja. Wenn wir aus dem Regen. Klar. So. So. Jetzt muss ich noch hinzufügen. Das ist auch noch klar. Das muss auch. Und ihre Sozialkontakte müssen gepflegt werden. Die sehen auch ganz heiß aus. Hallo. So. Du kannst ihn einschalten, glaube ich. So. Silber reinigen. So. Nein, nein. Das ist nichts zu tun. Und welche trocknen. Jetzt hablack. Da sopelt. Ich hab noch nicht, wenn ichünkü sopelt bei mir. So. Schon gut. Okay. Es klopelt. Zaupert dem? Eh сх die Nacht. Du auch glaube ich. so sehr weit fertig ist und sie mal noch mal den mann weg die jahre versuchte ihre sozialgeschichte ein bisschen mit so viele freunde wir werden was man was gegen tun ist wir machen was dagegen jetzt ja machen wir bringen als nächstes so, abschneiden wir mal das ist unsere zeit ok, gute nacht ok ähm, go hä? was ist denn Geräusch? hallo, hallo, hallo was ist denn Geräusch? ach, find ich denn nur tausendmal, bis sie oh, hilf, was auch das machen wir ein paar mal jetzt bedenken, komm ja, ja, ja sowohl, und und wieder zweck wieder zweck, plus und dann nochmal so und zu decken oh, die sind doch schlecht versuchen wir nochmal zu decken oh, bonja hm, das wird trotzdem so nicht jetzt ein grüner Saum hm, das soll den Tenner in Gericht nehmen und danach mal die äh, weglegen so das machen wir beschwollen wir was gerade selah selah ah, Samstag ok hm, wir werden mal Hausbesuch machen, gehen mal ein bisschen spazieren, würde ich sagen ok hm, 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 hm hm, 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 hm können wir nochmal hingehen was ist da geessen äh, irgendwie so ein partyzelt oder so guck, was haben wir denn hier Bücherei haben wir oder besuchen eine Familie das geht auch mir beruhnen stimmt das Museum und von dem Park haben wir noch hm, oh, wir können die Prozentsbesuche das ist ja auch lustig, ne ja, mach mal einfach mal lustig ne äh, wir werden gleich noch schlafen, oder ja mhm mhm ja, wir werden mit da können wir auch hier Kontakte erweitern Kontakte sind diese wie Hamburg Ok wir werden ja Wir sind nett. Sie hat total gebläht. Ekelhaft. So, okay. Bevor der Kleine verbrennt, gehen wir mal rein. Achso, wir müssen erst mal hier ansopfen. Achso, es ist zu spät. Du musst also keine Sorgen machen. Das ist leuchtend laugend. Wie ist der aus? Was ist das? Ich habe verschiedene Socken an. Das muss auch ein bisschen neben der Spurkrist sein. Okay. Zusammen. Was haben wir denn, was mit den Lung ist? Ich nehme nicht mit. So, ich muss mal hier mal eine Gruppe tun. Ausfall, Aktion, Runde bilden. Wir nehmen hier so. Zack. Geht sich am Computer für unhöflich. Aber wir halten ein bisschen. Hier machen wir uns sauber. Und dann müssen wir uns auch mal hier vorstellen. Wo ist hier so dick? Ach, das ist eine alte. Stimmt. Die laufen hier unabhängig ab. Die Speicherung. Ja, so. Wollte ich vorstellen. Haben wir mir. Da hat sich noch dick. Hat sich noch kein Sport gemacht. Das läuft direkt. Okay. Und der Kleine ist wieder in der Toilette. Ekelhaft. Was ist denn hier der andere hin? Dann hier gehen. Wo ist denn der andere Junge hin? Ach da. Gut. Lass mich mal spielen. Können wir mitspielen? Ähm. Nee. Ähm. Zusammen. Wo ist denn da? Nicht funktioniert. Nochmal. Jetzt. So. Okay. Geht los. Oh, süß. Oh. Was war denn das? Uh, ist das gut? Und? Ja. Sehr gut. Da haben wir schon keine Lust mehr. Was ist denn los? Nee, geht doch weiter, oder? Oh, oh. Der Vampir-Tuss. Ah. Oh. Weiter ist, ne? Einer rein, einer raus. Uh, meine Stimme hat sich erinnert. Inwiefern. Aus. 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 Das sieht sich aus. Verdammt. Dann mache ich das so. Okay. Es läuft, das läuft, das läuft. Aber ich bin jetzt ein bisschen lauter. Auf jeden Fall. Monitor. Ich hoffe, ich höre mich dann auch ein bisschen lauter. Das ist ein kleines Schaden. Oh. Hm. Hey, klappt das. So schön. Und er. Oh. Und? Hey, und er. Wow. Oh. What? I was only sure. Hey. Oh. So. Hey. Oh. Oh. Yeah. Oh. hier sind zwei verabschieden nicht geschafft und jetzt nichts ich möchte nicht mehr noch vorstellen hier und die vorstellen und ihm auch noch freundlich vorstellen so haben wir alle hoffentlich ja das war es hier kleiner na so er kommt zu uns ich kann sich vorstellen hier ist immer noch schlecht der vampir von bis ende auswahl noch mal und dann nach hause Ja, ja, ich weiß, beschreibt mich ganz beschreibt. Ich schaue es echt hoch. Das ist eigentlich auch so. Der Echo bleibt. Okay, okay. So, wir eigentlich verabschieden. Vergehen. Respekt bringen. Ja, bringen wir ins Bett. Genau. Dann bringen wir ins Bett und dann vergehen wir nach Hause. So machen wir das, ja? So. So, hopp. Ja, komm, bringen wir ins Bett. So, zum Abschied. So, alles klar. Tschüss, darf gut. Wieso, haben wir alle kennengelernt? Und wir können nach Hause. Alles klar, tschüss. Ich muss schnell nach Hause laufen, wenn es keine Zeit ist. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich muss mal auf LeafWare umschalten. Die hat ja Wochenende. Aber wenn wir an dieser Stelle die Aufnahme auch beenden, wir haben viel zu lange aufgenommen. Aber so haben wir eben halt Nummer zwei. Ähm, ja. Zwei Familienbesuch. Amelie, bei Ad, Amelie. Äh, wir zu. Entschuldigung. Äh, ich muss zur Arbeit. Komm, wir haben sie. Sagen wir noch Zeit haben? Man muss zur Arbeit, ne? Man muss zur Arbeit, ne? Man muss zur Arbeit, ne? Nichts, das spart. Was auf die Toilette. Aber das machen wir nicht. Das Morde geht hier. Verwenden. Und danach her Wäsche machen. Wäsche stecken. So. Alles klar. Aber an dieser Stelle möchte ich mich dann verabschieden und euch, ja. Ja. Ähm, ja. Schönen Tag wünschen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, würde ich sagen. Also, habt euch wohl. Bis dann. Ciao. Euer Joggel. Victory. Oh, das war der falsche Knopf. Oh no. Genau. Mua. So. Das geht auch. Das meine ich nicht. Ja. Und tschüss. Tschüss.